Der erste Durchgang, der hat super hingehauen. Ich habe mir das nicht erwartet eigentlich. Und dann steht dieser Einser da und ich habe mir einfach nur gedacht, geil. Beim zweiten Durchgang habe ich versucht die Nerven zu behalten. Und die haben ganz gut gehalten, deswegen ist es Silber geworden. Mich freut es unwahrscheinlich, dass die Mercedes eine Medaille gemacht hat. Ich würde sagen, die Mercedes hat heute sicher das Maximum herausgeholt. Silber medalist, representing Austria, Mercedes Schuster. Hooray! Das Gefühl ist, ich bin noch nicht einmal angekommen. Also es fühlt sich super an. Ich bin echt froh. Ich bin, glaube ich, das Stolzeste, was es gibt. Und ich weiß auch, das Nervöseste, was es gegeben hat in dem ganzen Hafen. Das nächste große Ziel sind die Olympischen Spieler in Pyeongchang. Wooh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020